Hallo und herzlich willkommen bei Renas Live, heute zum 46. Let's Play der Sims 4. Beim letzten Mal habt ihr gesehen, wie wir Elna den Job ausgesucht haben. Sie ist Polizistin. Sie muss am Sonntag um 8 Uhr das erste Mal arbeiten gehen. Also ich denke mal, wir werden sie begleiten und schauen, wie das Polizistenleben so ist. Ja, unsere Rena ist hier noch in der Babywiege. Auch Tobi ist hier gerade am Schlafen. Ja, er muss am Montag zum ersten Mal in die Schule gehen. Jay ist gerade der, der mit Rena zusammen die einzigsten zwei Personen, die wach sind. Er isst gerade was und wir schauen einfach mal, was passiert. Viel Spaß! So Jay, dann kümmerst du dich gleich um Rena. Wir spulen mal etwas vor. Du wirst da schläft, Anna schläft, Natalie und auch Tobi. Wobei Natalie gerade aufsteht, wenn ihr das richtig seht. Trinkt aufs Klo, sehe ich gerade. Schnell! Öffnen. Ein Gericht nehmen. Natalie Porter. Und auch Jay. Fitts hat das so verdächtig. Also ich hoffe oder denke, dass sie leider bald gehen werden, beziehungsweise ich wollte eigentlich sagen, ich hoffe, dass sie so schnell nicht gehen werden, aber bleibt ja leider nicht aus. Ach, Entschuldigung, Leute. So. Ähm. Wir schauen dann halt mal hier Windel wechseln. Erna ist auch in der letzten Folge zum Erwachsenen oder jungen Erwachsenen geworden. Hier seht ihr das noch. Erwachsener wird sie in 20 Tagen. Bei Larissa müsse das ja auch bald. Nee. Fünfzehn. Ähm. Quimba. Erna muss immer arbeiten bis 17 Uhr. Okay. Wir schauen mal, ob wir vielleicht einen Kollegen oder so kennenlernen. Nathalie, geht es soweit gut. Wir gehen dann danach mal duschen. Jay kann hier auch duschen, gehen danach. So, mal schauen. Tobi ist aufgewacht, oder? Nein, Tobi schläft noch. Nathalie räumt auf, okay. Kann sich ein bisschen hier schaukeln, reden, hüpfen. Wir haben jetzt gerade mal 23.30 Uhr, okay. 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 Schauen hier, Larissa könnte langsam aufstehen. Sie muss heute auch arbeiten, von 8 bis 16 Uhr. Verwenden. Duschen. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Ähm, kochen. Wir machen... Chili. Chili! J? Also dieser Jay hat schon auch irgendwie ein bisschen Dachschaden, oder? Verwenden. Baden. Der Geburtstag von Rena naht. Wo ist denn Jay hin? Bindel wetzeln. Reden. Mit Flasche füttern. Sie sollte dann jetzt mal verwenden. Verwenden. So. Toby. Ist alles noch okay? Ich dachte, die hätte gekocht. Ich dachte, die hätte gekocht. Schaukeln. Schaukeln. Hüpfen. Füttern. Schlafen. Schlafen. J? Oh. So. 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 Okay, stand irgendwie Minus, warum auch immer. Hüpfen, schaukeln, aufräumen, Pärchen machen. Spiele spielen, Sims Forever. Tobi schläft noch, das ändert sich jetzt auch. Wir gehen verwenden und duschen. Und auf jeden Fall hier öffnen. Ein Gericht nehmen. Ähm, Freundschaft schließen, okay. Ja, am Montag, wenn wir in der Schule sind. Schaukeln. Grimasse schneiden, hüpfen. Fischen. So, dann müssen auch bald Larissa und Anna zur Arbeit Nickerchen machen. Energie geladen. Na wunderbar. Hier geht mal ein bisschen mit Tobi quatschen. Mhm. Proostik. Ja! 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 Level 3 der Sozialfähigkeit, Videospielfähigkeit, Anna und Tobi sind beste Freunde. So, wir spüren ein bisschen vor. Nein! Nein, unsere liebe Natalie! Nein! Awww Und irgendwie ist keiner traurig, merke ich gerade. Also leider ist jetzt gerade unsere liebe Natalie verstorben. Und ich würde sagen, bevor wir dann eben Annas Arbeit antreten heute, ja, ähm, würde ich sagen, beende ich das hier. Das Seltsame finde ich gerade ist, bei Mark waren alle traurig, alle Dinger hier blau und jetzt irgendwie bei Natalie irgendwie gar nicht. Was ich komisch finde, denn sie ist ja trotzdem irgendwie die Oma oder Mutter oder Schwiegermutter. Naja, ähm, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Beim nächsten Mal seht ihr dann endlich den langersehenden Arbeitstag bei der Polizei von Anna. Und, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann! Tschüss! Genau! Rö solvental. human